Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 11691, kein generelles Handyverbot an Schulen in Nordrhein-Westfalen, das Smartphone als Teil der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen respektieren. Ich erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Masching das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Bevor ich mit meiner Rede beginne, hätte ich eine Bitte an die parlamentarischen Geschäftsführer. Vielleicht könnten Sie ja kurz vor meiner Rede, damit alle aufpassen, einmal die Handys in Ihrer Fraktion einsammeln. Also vielleicht für den Kollegen Hertha, dass das jemand macht, Frau Bär, für den Kollegen Lienenkämper, vielleicht Herr Ovenjürgen. Tja, also ich stelle mal fest, ich stelle mal fest, die Kollegen wollen ihre Handys nicht abgeben, die Kollegen PGF wollen auch keine Handys einsammeln. Aber das, meine Damen und Herren, das ist die Lebenswirklichkeit an vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen. Handys in die Tasche, Handys in den Schrank, einschließen, wegschließen, verbieten und das ist traurig. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer auf der Tribüne, liebe Zuschauer zu Hause am Stream, Das Handy ist die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen. Die Nutzung des Handys ist für junge Menschen völlig selbstverständlich und anscheinend auch bei Ihnen, wir haben ja gesehen, abgeben ist nicht. Und fast jede Schülergruppe, die wir hier im Landtag haben, fast jede Schülergruppe berichtet über Probleme mit der Handynutzung an ihrer Schule. Die Jugendlichen wollen nicht auf ihr Werkzeug, auf ihr Handy verzichten und wir Piraten, wir verstehen das. Wer das auch versteht, ist Nico Lummer, D64-Vorsitzender, ein Think Tank, der der SPD nahesteht und der im Dezember eingeladen war, hier einen Vortrag zu halten. Just an dieser Stelle einen Vortrag zu halten und er hat einige schlaue Dinge gesagt. Und die Landesregierung hat genickt, Frau Löhrmann hat genickt und Rot-Grün hat genickt, die Bildungspolitiker, ja, schlaue Dinge. Und ein Gedanke, der ist mir extrem hängen geblieben. Mein Sohn ist jetzt fünf und mein Sohn wird keine Welt mehr kennen, in der ein Telefon noch eine Wählscheibe hatte. Mein Sohn wird keine Welt kennen, in der ein Modem noch rumpiepsen musste, damit man ins Internet kam. Mein Sohn wird keine Welt mehr kennen, in der Menschen mit einem Mobiltelefon als Handy-Proll verschrien waren. Und mein Sohn wird nicht verstehen, warum ich heute Morgen noch eine Umfrage bekommen habe, wo ich gefragt werde, wie häufig sind Sie eigentlich online täglich? 0 bis 6 Stunden, 6 bis 12 Stunden, 12 bis 18 Stunden. Mein Sohn wird nicht verstehen, dass es die Antwort immer in dieser Umfrage nicht gibt. Schülergruppen, die ich frage, wer von euch hat denn kein Smartphone? Da zeigt niemand auf. Die Schülerinnen und Schüler haben längst entschieden, das Handy ist Teil ihrer Lebenswirklichkeit. Und ich fordere Sie, ich fordere die Landesregierung auf, akzeptieren Sie die Lebenswirklichkeit junger Menschen. Akzeptieren Sie das Mobiltelefon als Teil der Lebenswirklichkeit junger Menschen. Denn leider, und das ist traurig, leider haben viele Schulen in diesem Land eine andere Wirklichkeit. Da werden Handys verboten, weggeschlossen. Da gibt es restriktive Nutzungsordnungen für Handys. Wann darf ein Handy aus der Tasche und wann nicht? Und was es nicht gibt, sind pädagogische Konzepte. Und das geht sogar so weit, dass Lehrer heimlich, heimlich das Handy in den Unterricht einbinden müssen, weil es eigentlich an ihrer Schule verboten ist. Da frage ich mich, wo sind wir denn da? Wo sind wir denn da? Im 21. Jahrhundert sind die Schulen auf gar keinen Fall. Wenn das alles nicht stimmt, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Grünen, dann frage ich Sie ganz ehrlich, warum uns die Schülergruppen davon berichten. Dann frage ich beim nächsten Mal nicht, wer von euch hat kein Handy, sondern ich sage, die Grünen haben gesagt, ihr lügt uns hier alle an. Wer von euch lügt uns denn hier an? So geht es nämlich nicht. Dann fragen Sie die Schülergruppen mal. Die Frage ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage ist doch, wer muss sich wem anpassen? Muss sich der Schüler der Schule anpassen, indem er am Schulhof das Handy ausmachen, wegstecken muss und erst am Nachmittag wieder rausholen darf? Oder muss sich die Schule, und das sagt Rot-Grün bei vielen anderen Themen zum Thema Inklusion, könnte ich jetzt einiges sagen, immer wieder, muss sich die Schule nicht den Schülern anpassen? Wie sonst soll eigentlich, und das ist eine Frage an Frau Lörmann, können Sie mir gleich gerne beantworten, wie soll denn Ihr Konzept von Bring Your Own Device funktionieren? Wie sollen die Schüler ihre eigenen Geräte mitbringen dürfen, wenn Schulen sich jetzt immer noch so restriktiv verhalten? Wir appellieren, ich appelliere an Sie, und wir appellieren in unserem Antrag, werben wir alle gemeinsam dafür, dass in den Schulen, in denen es generelle Handyverbote gibt, dass diesen Schulen klar wird. Ein Handyverbot ist kein guter Ansatz für einen guten Unterricht und für eine moderne Bildungspolitik in der heutigen Zeit. Stattdessen müssen sich Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam die Möglichkeiten erarbeiten, die diese Geräte bringen, und müssen Chancen und Risiken gemeinsam an- und absprechen. Da ist so viel Potenzial, das sollten wir heben, und wir sollten die Handys nicht verbieten und verteufeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Preuß. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich anfange, eine Vorbemerkung zur Überschrift des Antrags der Piraten. Ich zitiere die ersten Wörter, kein generelles Handyverbot an Schulen, Doppelpunkt, Zitat Ende. Dieses generelle Handyverbot an Schulen gibt es nicht. Das hat es nie gegeben, und das ist erst einmal wichtig zu wissen. Herr Marsching hat natürlich recht, dass das Handy das meistverbreitete Medium unter Jugendlichen ist, von 12 bis 19 ungefähr 96 Prozent der Jugendlichen in dieser Altersklasse besitzen ein Handy oder ein Smartphone. Das wird für viele, viele Zwecke benutzt. Das Telefonieren ist eigentlich mehr oder weniger nur noch heutzutage eine Randerscheinung. Musik kann abgespielt werden, es kann gesurft werden, fotografiert, gefilmt, und das Ganze kann über Bluetooth oder Internet dann online gestellt werden. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Pieper von den Piraten zulassen? Ja. Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Also, ich nenne Ihnen durchaus Schulen, wo das Handy nicht aus der Tasche geholt werden darf, wo es nicht angemacht werden darf. Was verstehen Sie denn unter einem generellen Handyverbot, wenn nicht genau das? Das ist schon eine hervorragende Überleitung zu dem nächsten Punkt, denn ich werde als erstes mal Punkte nennen, die auch gegen ein Handyverbot sprechen können. Und da gibt es eben auch vier Argumente, die ich kurz skizzieren möchte. Und die Schulhöfe, die werden in den Pausen nicht mehr zum Spielen und zum direkten Kommunizieren genutzt, sondern die Schülerinnen und Schüler sehen dann ihr Display und gucken, was da los ist, welche Apps gerade on sind, welche Spiele gemacht werden können. Und die direkte Kommunikation, die immer noch wichtiger ist, als 24 Stunden online zu sein, geht verloren. Zweiter Punkt, Cybermockbing spricht ebenfalls gegen eine generelle Freigabe der Handys und Smartphones in den Schulen. Und die Fähigkeit, auf die schnelle... Ich kann Sie jetzt akustisch nicht verstehen. Bitte stellen Sie dann auch eine Zwischenzeit... Wie bitte? Abends, gestern Arturo Vidal ist auch geflogen und hat einen Elfmeter für Bayern gekriegt, das machen wir morgens in der Schule auch nicht, da erzählen die Schülerinnen auch zu verplegen. Und darum kann es einen Unterschied geben zwischen der Welt der Freizeit und der Welt der Schule. Und wir haben gerade im Moment in Gütersloh ein Problem an den Schulen, wo eben so eine videografierte Begegnung zwischen Jungen und Mädchen die Runde macht. Und das ist also wirklich relativ gefährlich, ist eine 13-jährige Schülerin beteiligt. Und dass da ein generelles Handyverbot zu dieser Zeit durchaus Sinn machen kann, das ist für mich vorstellbar. Dritter Punkt, Smartphones sorgen, egal ob online oder offline, für Ablenkung. Sei es dann manchmal die WhatsApp-Nachricht, der Snapchat-Nachricht, Facebook-Status, Abfragen, Candy Crush und so oder sonstige Dinge spielen. Und der vierte Punkt, es gibt eine Untersuchung von zwei britischen Forschern, die die Leistung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Handyverbot verglichen haben. Und in der Zeit, wo das Smartphone nicht benutzt werden durfte, stiegen die Leistungen um 6,4 Prozent. Und das jetzt nicht nur aktuell, sondern auch in der Testüberprüfung, in der Lernziehenkontrolle bestätigten sich diese Ergebnisse. Aber es gibt natürlich auch Argumente, die für den Einsatz von Handys in der Schule sprechen. Wie im Antrag der Piraten erwähnt, gehören die Smartphones und Handys zur Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler. Und natürlich ist es die Aufgabe der Schule, die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler in die Schule zu holen und entsprechend pädagogisch zu thematisieren. Mit der Nutzung der Smartphones bietet sich also eine riesige Chance, vor allen Dingen für Schulen, die eben nicht die Ausstattung haben an PCs, Laptops und Tablets. Die können zur Recherche, sie können als Fotoapparat, sie können als Filmkamera etc. benutzt werden. Das wird auch teilweise in Schulen schon gemacht, wenn die Schulkonferenz darüber entschieden hat. Und Fazit. Es geht nicht darum, Handy und Smartphone zu tabuisieren, sondern sinnvoll pädagogisch zu benutzen und zu thematisieren. Die Schule soll den Umgang mit diesen Medien den Schülerinnen und Schülern nahe bringen. Und Medienerziehung ist in der Lehre aus- und in der Lehrerfortbildung integraler, wichtiger Bestandteil. Und der Medienpass NRW ist ein geeignetes Mittel, den Schülerinnen und Schülern die Medienkompetenz zu vermitteln. Und wer auf der Internetseite der Medienberatung nachschaut, der findet sehr gute, differenzierte Hinweise, Materialien und Links zum Thema Handy- und Smartphone-Nutzung in Freizeit und Schule. Kurze Rede, langer Sinn. Der Antrag der Piraten greift ein wichtiges Thema auf. Aber die Schulen brauchen keine Aufforderung der Landesregierung, um Handy- und Smartphone-Nutzung im Unterricht zu thematisieren. In den Schulkonferenzen, die in den Schulen der Sekt 1 und Sekt 2 aus Lehrerinnen und Lehrerschülerinnen und Schülern und Eltern bestehen, wird darüber entschieden, ob und wie die Nutzung dieser Medien, Handys und Smartphones in der Schule, im Unterricht und darüber hinaus genutzt werden kann. Herr Kollege, würden Sie noch eine Frage der Frau Kollegin Pieper zulassen? Gerne. Die Zeit ist gerade abgelaufen. Jetzt haben wir die Oberteil. Eigentlich ist die Frage immer noch die gleiche. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, es gäbe an keiner Schule in NRW ein generelles Handyverbot, hätte ich gerne noch einmal gewusst, wie Sie generelles Handyverbot definieren. Generelles Handyverbot heißt, die Schülerinnen und Schüler können ihr Handy mit in die Schule bringen. Aber wenn eben die Schulkonferenz beschließt, dass sie während des Unterrichts nicht genutzt werden kann, dann ist das für mich nachvollziehbar, weil es eben, wie ich auch dargestellt habe, eine Form der Ablenkung ist. Es gibt auch Schulen, die haben eine Handyzone, wo Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit diesen Handys kommunizieren, arbeiten oder sonst was machen können. Aber wir ist doch eine Illusion, dass die Landesregierung ein Durchgriffsrecht auf jede Schule hat. Herr Masching, da muss ich Ihnen jetzt sagen, den Antrag nicht gelesen, das ist eine Unterstellung. Die Landesregierung hat kein Verbot erlassen und da braucht sie auch nicht dafür werben. Da ist jeder Einzelne gefordert und wer die Ministerin bei Schulbesuchen begleitet hat, der weiß, dass sie immer wieder dafür wirbt, dass sie sich dafür stark macht. Aber die Landesregierung jetzt da stark zu machen und aufzufordern, das ist so ein Schaufensterantrag. Genau wie Sie zu Anfang gesagt haben, die Schülerinnen sagen dies und jenes. Sie solidarisieren sich mit den Schülerinnen und Schülern in der Hoffnung, dass sie irgendwann in die Stimmen kommen, damit sie hier länger im Parlament bleiben können. Vielen Dank, Herr Kollege Vauß. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Dr. Bunse. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe Ihren Antrag gelesen. Ich habe den wirklich mehrfach gelesen und ich sage Ihnen jetzt mal ganz ehrlich, ich versuche das auch jetzt wirklich ganz ruhig hier abzuarbeiten. Aber ich habe erst wirklich gedacht, es wäre der 1. April. Also mich hat der Antrag wirklich enttäuscht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und ich bin eine von den wenigen im Ausschuss, die keine Lehrerin ist. Ich betrachte das immer noch aus Elternperspektive. Ich bin lange Zeit in einer Schulkonferenz gewesen und ich glaube, die Realität ist eine etwas andere. Und ich vermute, dass Sie die eigentlich auch kennen und darum verstehe ich Sie nicht in diesem Antrag. Und wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt Zeile für Zeile durchgehen, die, die nicht gelesen haben, lesen die dann ja jetzt. Das ist ja Ihre Sorge auch genommen. Sie fordern kein generelles Handyverbot. Dann hätten Sie vielleicht mal definieren müssen, was Sie unter generellem Handyverbot überhaupt verstehen. Was ist das denn? Dann beklagen Sie, dass Handynutzungsordnungen einen restriktiven Charakter haben. Hätten Sie auch mal näher beschreiben können. Sie konstatieren, die zunehmende Diskrepanz in der Wahrnehmung des Smartphones zwischen Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und dem Lehrpersonal auf der anderen erreicht mittlerweile bedenkliche Ausmaße. Wissen Sie was? Damit beleidigen Sie manch Lehrer, der an unseren Schulen unterrichtet. Also diese Diskrepanz, die macht ja irgendwo da sein. Aber die ist jedenfalls nicht so generell, da sage ich mal generell, wie Sie die hier erheben. Sie regen mit Nachdruck an. Lassen Sie mich doch mal ausreden und dann können Sie gleich, wenn Sie wollen, auch ein paar Zwischenfragen stellen. In der Schule darf man übrigens auch generell nicht dazwischen plappern. Das hat auch manchmal seinen Sinn. So, Sie regen mit Nachdruck an. Jetzt hören Sie noch mal zu, Mensch. Sie regen mit Nachdruck an, sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch die Eltern sind aufgerufen, das Smartphone als Alltagsgegenstand in der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen zu begreifen. Da fühle ich mich als Mutter beleidigt. Ich kann Sie wirklich nur fragen, ob Ihnen dieser Antrag wirklich ernst ist oder ob Sie wissen, das ist gerade auch angeklungen, hier hören auch viele junge Menschen, Schülerinnen und Schüler mit. Und auch denen ist bewusst, das hat gerade auch Herr Feuss Ihnen erklärt, es gibt an jeder Schule eine Schulkonferenz und da wird mit Drittelparität entschieden. Und da können auch Schülerinnen und Schüler ihren Antrag leisten. Aber jetzt mal, wir wollen mal Ihren aufgezeichneten Lösungsweg durchgehen. Werbung für die Nutzung von Smartphones ist sicherlich ein guter Weg. Aber wichtig und nötig, finde ich, ist immer die Akzeptanz aller Beteiligten vor Ort und das heißt vor Ort in der Schule. Also ein generelles Handyverbot gibt es meiner Meinung nach nicht, weil eben wirklich die Schulkonferenz hier entscheidet. Und ich finde, es geht eigentlich ein bisschen zu weit. Also ich würde mir nicht anmaßen, den Schulkonferenzen zu sagen, wie die zu entscheiden haben. Und welcher Schulleiter, frage ich Sie jetzt mal ernsthaft, verbietet es einem Lehrer, das Smartphone im Unterricht zu nutzen, wenn er die Kompetenz mitbringt, dieses Smartphone als Medium im Unterricht einzusetzen und den erwarteten pädagogischen Mehrwert aufzeigt? Geht es bei dem von einzelnen Schulkonferenzen ausgesprochenen Handyverbot nicht auch um den Umgang mit Handys zum Beispiel außerhalb des Unterrichts? Da gibt es ja auch pädagogische Gründe, die dann gelegentlich eine Ursache sind. Und muss hier nicht zuallererst daran gedacht werden, dass an allen Schulen des Landes die nötigen Voraussetzungen für die Nutzung schuleigener Geräte, aber auch privater Geräte geschaffen werden? Es muss zum Beispiel sichergestellt sein, meiner Meinung nach, dass es einen pädagogisch gefilterten Zugang zum Internet gibt. Das ist eine Frage, mit der man sich beschäftigen kann. In welcher der vielen möglichen Funktionen soll das Smartphone im Unterricht eingesetzt werden? Als Fotoapparat, als Videokamera oder wie? Ein erfolgreiches, kollaboratives Lernen setzt unserer Meinung nach mehr voraus als nur ein technisches Endgerät, auf das Sie sich hier eingeschossen haben. Ich lese Ihnen jetzt mal vor, ich bin ja auch schon ein etwas älteres Modell. Ich habe gestern mal einen 32-jährigen jungen Lehrer gefragt und er hat ganz einfach gesagt, ich darf den zitieren, die in Fortbildungen oder in praktischen Anführungen...